Am 26. September ist die Bundestagswahl und ich bitte Sie um Ihr Vertrauen. Dafür, dass wir den Wandel gemeinsam gestalten können, klimaneutral werden bis 2045, aber auch so, dass alle mitkommen und dass Arbeit erhalten bleibt. Eine Gesellschaft des Respekts, in der Lebensleistungen respektiert werden, Arbeit Wertschätzung erfährt und in der alle die gleichen Chancen haben. Dafür bitte ich Sie um Ihr Vertrauen. Mit der Erststimme für mich, Oliver Katzmarek, für den Kreis Unner und mit der Zweitstimme für Olaf Scholz als Bundeskanzler für ganz Deutschland. Mein Name ist Oliver Katzmarek. Ich vertrete den Kreis Unner im Deutschen Bundestag.